Die Bildqualität Für die Bildaufnahme ist bei der Nikon Coolpix S9500 ein 1 zu 2,3 Zoll großer CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 18,0 Megapixel und einer Sensorempfindlichkeit von ISO 125 bis ISO 3200 verantwortlich. Dieser gehört damit zu den hochauflösendsten Sensoren im Kompaktkamera-Bereich. Wirklich bemerkbar macht sich die hohe theoretische Bildauflösung dabei aber nicht, denn auch 12 oder 14 Megapixel besitzende Bildsensoren stellen nicht weniger Details dar. Bei ISO 125 und ISO 200 bewegen sich die Detailwiedergabe und die Bildqualität auf einem für Kompaktkameras akzeptablen Niveau. Aber selbst hier kann das Eingreifen des Rauschfilters erkannt werden. Bereits bei ISO 400 wird zudem ein erstes Bildkrieseln sichtbar. Die Detailwiedergabe beginnt zu sinken. Bei ISO 800 verstärkt sich dieser Trend, der Rauschfilter greift sichtbar ein und vernichtet dadurch einige Details. Bei ISO 1600 fällt die Detailwiedergabe dann deutlich sichtbar ab und ist allenfalls noch für Notfälle zu gebrauchen. Wer auch bei weniger Licht Bilder mit einer guten Bildqualität aufnehmen will, sollte keinen höheren ISO-Wert als 200 einstellen. Wirklich gute Bildergebnisse werden aber nur bis ISO 125 erreicht. Damit reiht sich die Nikon Coolpix S9500 in die Riege der Reisesumkameras mit CMOS-Sensor ein und erreicht eine klassenübliche Bildqualität. Einen interaktiven Vergleich der hier gezeigten Bildausschnitte finden Sie auf dkamera.de. In diesem Bildqualitätsvergleich haben Sie die Möglichkeit, die gezeigten Bildausschnitte interaktiv zu vergleichen. Hier können Sie die Vergleichskameras festlegen, sofern vorhanden ein Objektiv wählen und die Bilder in verschiedenen Situationen vergleichen. Dazu zählen die Lichtverhältnisse Tag, Nacht oder Blitz, das Bildformat JPEG oder wenn vorhanden RAW, sowie die ISO-Empfindlichkeit. Neben verschiedenen Kameramodellen können Sie dabei auch ein bestimmtes Modell mit unterschiedlichen Einstellungen vergleichen. In diesem Beispiel zeigen wir die Ausschnitte einer Kamera bei ISO 800 und ISO 6400. Im zweiten Vergleich stellen wir die Aufnahmen bei Tag und Nacht gegenüber. Im zweiten Vergleich Im zweiten Vergleich Untertitelung des ZDF, 2020